Ist Auswandern irgendwie sowas wie Weglaufen von Problemen, beziehungsweise ist es eigentlich so ein bisschen Schwanz einziehen? Ich habe jetzt mal einen Kommentar bekommen und es ist jetzt auch gar nicht irgendwie so, ich glaube der Titel wird wahrscheinlich so richtig konfrontativ klingen und so, aber ich glaube ich will einfach trotzdem mal mit einem Video drauf eingehen, weil der Kommentar eigentlich echt interessant ist und ich will eigentlich ausführlich darauf antworten. Und also ich habe sowas öfter gelesen und ich wurde auch nach dem Auswandlungsvideo unfassbar oft angeschrieben, gerade über Discord und ich meine oft was einfach nur so, hey du bist Auswandern und so, krass und warum und so, was sind denn genau Gründe und so oder auch viele haben so gesagt, ja ich will auch auswandern und mir ist das und das wichtig und so oder was heißt denn von dem und dem Land und so, also es ist echt krass irgendwie und ich glaube ich werde auch so diese Auswandlungsreihe noch ein bisschen fortführen, weil es gibt echt viel Nachfolge nach irgendwie, also das Video kam glaube ich auch ziemlich gut an, ich meine es waren, es kam an 196, ich dachte es wäre mehr gewesen, beziehungsweise es lief mal eine Zeit lang ziemlich gut und dann, also hier habe ich das glaube ich irgendwo geschaut und dachte mir so, ah ja geht das steil und so, gut okay es flacht dann irgendwie ziemlich krass aus, generell die Views sind so strange manchmal auf YouTube, naja. Also, ähm, auswandern innerhalb, innerhalb Europas kannst du es, wenn du es aus politischen Gründen machst, glaube ich so das heißen, komplett nicken. Ähm, jein. Also grundsätzlich, ja, geht schon so ein bisschen in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen, so ja, ist nicht komplett falsch, Mensch, also ich sehe es ein bisschen differenziert, ehrlich gesagt. Ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du es das leisten kannst, in die Schweiz gehen und die politischen Gegebenheiten in der Schweiz sind halt viel besser. Ähm, natürlich ist auch das für jeden anders, zum Beispiel einer sagt so, ich will aus, ups, sorry, ich wollte gerade das Mikro weiter wegschieben, äh, ich will aus Gründen, ähm, ich will jetzt ein bisschen den Pegel unterstellen, äh, ich will aus Gründen auswandern wegen Wirtschaft, wegen, ähm, Trading, wegen Steuern und so. Ähm, dann haben wir natürlich ein paar mehr Optionen, als wenn man sagt so, okay, ich will komm nett raus aus der EU, ich will einfach dieses ganze Ding nicht und alles, was sich so ein bisschen da annähern und so. Ähm, gibt natürlich immer für jeden verschiedene Gründe und so und, äh, äh, und auch Migration ist halt eben so ein Punkt für viele. Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, es gibt schon so ein paar Self-Havens, ähm, und dazu würde ich mal erzählen, äh, Schweiz definitiv, äh, Ungarn ist auch noch einer, äh, für, für beide oder für alle Gründe eigentlich so, also klar, du hast natürlich auch EU und die EU-Vorgaben und so, die halt das Leben extrem teuer machen, aber, ähm, du hast nicht viel Kriminalität, ja, du hast nicht viel Migration, du hast, äh, niedrige Steuern, sehr unternehmerfreundlich, äh, auch sehr mittelstandsfreundlich und, ähm, dadurch, dass du eben wenig Migration hast, hast du wenig Sozialkosten und wenn du wenig Sozialkosten hast, hast du auch wenig Steuern. Also es geht halt alles immer Hand in Hand, so effektiv. Ähm, das heißt, jeder, der sagt so, er will halt wenig Steuern haben, ähm, muss halt eigentlich im gleichen Maße gegen Massenmigration sein, weil mit Massenmigration sind wenig Steuern nicht möglich, also das schließt sich völlig aus. Und, ähm, ja, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber wenn man halt sagt so, man will in ein Land leben, wo es günstig ist, wo nicht viele Steuern sind, wo man als Unternehmer gut auch starten kann, auch gut überleben kann, dann geht's halt nicht anders. Also, ich mein, ich beschäftige mich jetzt das ganze Jahr über schon halt mit Ländern, mit den ganzen Steuern, mit, äh, den Gegebenheiten und so und ich seh's in jedem Land einfach. Es gibt kein Land, was in irgendeiner Art und Weise da aus der, aus dem, aus dem Raster fällt. Ähm, viel Einwanderung bedeutet, viel Sozialausgaben bedeutet, viele Steuern, hohe Steuern. Ähm, zu 100% in jedem Fall so. Also, Schweiz Nummer 1, würde ich sagen, fällt da nicht rein. Ungarn fällt nicht mit rein, obwohl EU. Ähm, Zypern ist auch EU, fällt aber in meinen Augen auch nicht mit rein. Sozialabgaben sind da sehr niedrig, ähm, Steuern sind human, würde ich mal sagen. Und, ja, natürlich, äh, Europa generell ist relativ groß erstmal und es gibt auch noch ein paar mehr, ähm, ähm, interessante Orte, zum Beispiel Isle of Man, das ist eine, äh, bekannt durch den Isle of Man TT zum Beispiel, auch durch andere, äh, ähm, ja, Motorsport, äh, Motorsport-Events, ähm, die jedes Jahr stattfinden. Ähm, ist eine kleine Insel zwischen Großbritannien und, ähm, Irland. Ähm, ist ein Steuerhafen oder ein Steuer-, Niedrigsteuerland. Ähm, und es ist tatsächlich ein Land, ein eigenständiges Land, zeigt das wirklich, es ist kein, 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 kein Ding, kein, kein Großbritannien oder kein Teil von Großbritannien, sondern es ist im Prinzip eigentlich ein kleines Völlchen, welches sich so auf die Fahne geschrieben hat, ähm, wir hassen Steuern. Also, die haben halt nicht mal eine Mehrwertsteuer, so. Und ich meine, welches Land hat denn schon keine Mehrwertsteuer? Und auch ansonsten so, Erbschaftssteuer, nein, Schenkensteuer, nein, Kryptosteuer, nein, also Kapitaltragssteuer, nein, ähm, ähm, und auch sonst halt wirklich, wir haben halt so ganz, ganz weniger Steuern, das ist auch dann teilweise wirklich sehr, sehr gering. Ähm, Nachteil halt, Lebenshaltungskosten sind relativ hoch, Mieten sind auch relativ hoch, ähm, wird wenig gebaut und so. Ähm, im gleichen Moment hast du aber halt effektiv kaum Sozialleistungen, folglich auch kaum Migration, wenig Einwohner, aber man merkt auch so, wenig Sozialleistungen bedeutet auch wenig Arbeitslose. Dort sind 84.000 Einwohner und die Zahl der Arbeitslosen beläuft sich auf 237. Nicht 1000 oder so, 237 Arbeitslose auf 84.000 Einwohner. Ähm, ja, ich meine, man kann das mal umrechnen auf Deutschland, äh, wir haben ungefähr 1000 Mal mehr Einwohner und das ungefähr 1000 Mal mehr Arbeitslose, dann wären das 237.000 Arbeitslose. Ähm, es ist übrigens eine Arbeitslosenquote von 0,5%. Also will ich nur mal so sagen, irgendwie so, was halt möglich ist, wenn man auch wirklich nicht, äh, jede Arbeitsstunde aufs Massivste besteuert mit 40, 50, 60 Prozent oder so, ähm, also 60 Prozent sind ja dann wirklich diese, äh, mit Netto-Steuern, mit, äh, Mehrwertsteuern und so, aber 40, 50 Prozent Steuern ist einfach schlecht fürs Arbeitsmoral und man sieht einfach, wenn man Arbeit und generell wenig Steuern erhebt, dann arbeiten die Leute auch von, von, von sich aus. Und, ähm, ja, ich meine, kann sich zeigen, 0,5% Arbeitslosigkeit, da haben die Leute halt einfach auch Bock zu arbeiten. Und da haben die auch Bock, mehr zu verdienen, mal Überstunden zu machen, weil es einfach sich auszahlt. Also, allgemein, ähm, ja. Genau, es wird nichts bringen, außer vielleicht ein paar Jahre Zeitversprung. Also, ich denke, dass, äh, in der Schweiz das vollkommene, äh, Gegenteil, also, zumindest was Migration, äh, nicht nur irreguläre Migration angeht, ich meine, haben die im Prinzip kaum, aber auch Migration aus Deutschland angeht, ähm, wird die Schweiz in Kürze, glaube ich, eine 180-Grad-Wende vollziehen. Denn, ähm, es gibt sehr viele Stimmen, die sagen, keine 9-Millionen-Schweiz oder keine 9-Millionen-Einwohner-Schweiz. Ähm, ich meine, die Schweiz hat immer so ein paar Millionen Einwohner, mittlerweile haben sie fast 9 Millionen, ähm, die werden halt bald zumachen. Die Schweiz wird das neue Monaco werden, ähm, und wer jetzt halt noch die Chance hat, auszuwandern, ähm, ich meine, das soll sich natürlich sehr gut überlegen, weil die Schweiz ist halt ultra teuer, das ist das teuerste Land in Europa oder vielleicht sogar das teuerste der Welt. Ähm, muss man sich sehr gut überlegen, aber ich finde auch, die Lebensqualität ist sehr gut da, die politische Lage ist ebenfalls, wie man es gut bezeichnen, ähm, dazu muss man allerdings auch das Gesamtkonstrukt sehen, ich meine, ähm, ich kenne auch Leute, die gehen nach Georgien, aber Georgien ist es halt, so was Demokratie angeht, nicht gerade so auf dem höchsten Stand, auch was Meinungsfreiheit angeht und so, und den Kompromiss, den du in der Schweiz angehst, zwischen all diesen Werten zwischen Demokratie, Meinungsfreiheit und so weiter, Unternehmerfreiheit, Steuern und so, macht es eigentlich für mich persönlich schon zu einem der besten Länder, die es gibt, denn man kann nicht nur sagen, so, okay, dieser Aspekt ist so schlecht, also gefällt es vollkommen raus, man muss natürlich schon auch sehen, es gibt natürlich auch andere Aspekte. Ja, Philippinen und Argentinien weiß ich jetzt relativ wenig drüber, ähm, ich weiß, dass sehr viele Flachspieler aus Philippinen kommen, äh, Argentinien, ähm, ich meine, die haben jetzt einen interessanten Move vollzogen mit ihren neuen Präsidenten und so, ähm, muss man mögen, äh, und ich meine, das Ding ist natürlich auch, was man bedenken muss, man geht selbst da rein und ist halt dann die Minderheit, und, ähm, ich meine, wer jetzt halt zum Beispiel nach München geht, oder nach, naja, sagen wir mal nach, woher die Stadt ist, Frankfurt, sagen wir mal zum Beispiel Frankfurt, und, äh, du schaust dich um und sagst vielleicht so, ah, ich bin nur von Schwarzen umgeben, äh, äh, das gefällt mir nicht, und dann sagst du so, okay, ich geh jetzt nach Argentinien, ist jetzt, glaube ich, nicht so die schlauste Wahl dann. Also, wenn du halt so unter seinesgleichen sein willst, dann musst du halt irgendwie in den Norden gehen, oder halt vielleicht noch in den Osten oder so, aber, ähm, nach Argentinien oder Philippinen, ich weiß nicht, ob das so arg Sinn macht, und ob das dann wirklich auch tatsächlich ist, wo du dich wirklich wohlfühlst. Also, ich hab mich auch mal so, äh, informiert, ähm, zum Thema Mauritius, auch ein schöner Steuerhafen, ähm, das Ding ist aber halt, du fühlst dich da halt wirklich fremd. Also, komplett. Da hast du halt so, da ist halt jeder Zehnte, jeder Fünfzehnte vielleicht weiß, und ich weiß nicht, ob man da halt zum Leben jetzt so, ähm, ob man es so will. Also, wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Ähm, zudem ist es extrem problematisch, wenn die letzten guten Leute auch noch das Land verlassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ob das jetzt ein Lob war, ne, ähm, stimme ich dir 100% zu, und das ist auch ein Punkt, ähm, den ich persönlich auch, äh, ja, äh, absolut unterschreibe, und das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder selbst bringe, denn das ist auch wirklich das größte Problem, das hat, äh, der Deutschen aktuell hat. Ähm, die Auswanderer sind genauso problematisch wie die Einwanderer, denn die Leute, die auswandern, es sind nicht die Leute, die auswandern, die jetzt irgendwie, äh, wie sagt man das politisch korrekt? Ich wollte gerade sagen, die nichts auf die Reihe bringen, die halt einfach nicht viel Glück im Leben hatten. Sagen wir es mal so, ist das politisch korrekt? Keine Ahnung. Also die, die Bürgergeld beziehen oder Sozialhilfe beziehen, die wandern nicht aus. Es sind die Leute, die auswandern, die Fachkräfte sind, die ein mittelständisches Unternehmen haben, die vielleicht ein Kleinunternehmen haben, die vielleicht sogar ein großes Unternehmen haben. Es sind die Leute, die das Geld haben, um auszuwandern, die ihn auch tatsächlich auswandern. Und die Leute, die auswandern, haben natürlich dann auch eine konservative Haltung, die sagen, okay, wir wollen das Land voranbringen. Wir wollen kein Sozialismus, wir wollen kein Kommunismus, wir wollen keine Planwirtschaft, wir wollen kein Habeck und so weiter. Wenn diese Leute alle auswandern, bleibt halt nur noch, bleiben halt zumindest zu großen Teilen nur noch die Leute übrig, die halt sagen so, ja, hier bedingungsloses Grundeinkommen und die Roten und Grünen und die noch Roteren und die ganz Roten und die noch Roteren, die werden zwar nicht zahlenmäßig mehr, aber dadurch, dass die konservative Mitte abwandert, werden die trotzdem stärker. Und damit wird es für das Land immer, immer schwerer und immer problematischer, überhaupt noch irgendwas auf die Reihe zu bringen oder überhaupt noch zu funktionieren. Denn einerseits hast du immer weniger Geld im Land, immer weniger Arbeitskraft im Land, immer weniger Produktivität im Land und andererseits sind die letzten paar, die noch da sind, müssen sich dann mit irgendwelchen sozialistischen Planspielen rumschlagen, weil die Anzahl der, ja, der Linken einfach immer mehr, also die Gewichtung Linken wird einfach immer mehr und die haben einfach immer mehr Oberwasser und haben immer mehr zu sagen. Und ja, es ist eine Recipe for Disaster, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ähm, dann braucht sich niemand mehr wundern, wenn, äh, 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 was habe ich hier? Wenn es dann richtig die Macht runtergeht mit dem Land. Dem stimme ich vollkommen zu. Und das sieht auch die Jugend momentan so, weshalb sie nicht mehr Grünenwelt, sondern sagt so, okay, fuck, ähm, wir müssen nicht hier leben, haben wir gar nicht so, äh, äh, bedacht und so. Und dann sagt sie, ja, okay, dann werden wir einfach AfD, damit die halt irgendwas anders machen. Ähm, ja, ähm, das ist die Problematik an der ganzen Sache. Also ich sehe das absolut so. Ähm, ich kann nur den letzten guten Leuten appellieren, zu bleiben, aber die meisten haben zu große Angst. Ähm, ja, du hast vollkommen recht, absolut. Und ich sehe es zu 100 Prozent so. Und natürlich ist es auch gewissermaßen feige auszuwandern. Andererseits muss man mal sagen, ich habe auch letztens ein, also ich habe dazu letztens ein Video gesehen von, oh Gott, wie hieß der Typ? Ich kann mir keinen Namen merken, ich bin schlecht. Nicht, dieser eine Typ, der immer Milliardär war, äh, durch seinen, seinen, seinen Schwarz-Selling und so, dann ist er mal ins Gefängnis gewandert, hat ihm alles verloren. Und, äh, mir fällt gerade namentlich ein, wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Äh, auf jeden Fall, auch er hat das Ganze so, ähm, ja, thematisiert, ist es feige auszuwandern? Sollte man nicht lieber für sein Land kämpfen, ähm, und schauen, dass es hier besser wird und besser läuft? Oder ist es dann eben verständlich, wenn man auswandert? Und, ja, was ich genauso unsicher, wie ich mir persönlich bin, ich persönlich kann es für mich auch nicht beantworten, weil einerseits natürlich sagt man so, okay, man gibt auf, so, ja. Ähm, zur gleichen Zeit muss man auch sagen, man gibt auf, weil es einfach sehr starke Kräfte gibt, die dagegen arbeiten. Und die hocken halt zum Teil in der EU, dagegen kannst du nichts machen, dann bist du vollkommen machtlos. Ähm, ich meine, diese Leute sind halt zum großen Teil nicht mehr gewählt, auch was irgendwie, äh, äh, WEF und so anbelangt, so, du kannst nichts dagegen tun, ähm, es ist vollkommen egal, wen du in Deutschland wählst, die gehen trotzdem zum WEF und das WEF hat trotzdem ganz eigene Ideen, ähm, die dann trotzdem national umgesetzt werden oder auf EU-Ebene umgesetzt werden. Also, das ist halt einfach diese supranationale, ähm, supranationale Problematik und da sind eben halt gerade die Entwicklungen, äh, die Industrieländer, äh, leider ganz oben mit dabei. Das heißt, wie viel kannst du halt tatsächlich ändern? Wie, was kannst du wirklich anders machen? Was kannst du wirklich tun, um es zu verändern? Wir hatten ja auch den UN-Migrationspakt. So, wie schon damals, befürchtet, kam fast alles genauso, wie die Kritiker damals, ähm, befürchtet haben. Ja, wir hatten, wir hatten 2022, natürlich auch mit Ukraine und Co., wir hatten zweieinhalb Millionen Einwanderer. 2023 hatten wir 1,7 Millionen Einwanderer. Es ist verrückt, also, der UN-Migrationspakt hat sich genauso entfaltet, wie viele, ähm, ja, befürchtet haben und du kannst nichts dagegen tun. Wir können effektiv nichts dagegen tun. Ähm, und die Steuern, die werden steigen, sie werden steigen müssen. Ich meine, wie gesagt, wir haben, wir haben gerade dieses Thema durch. Die Steuern werden steigen und sie werden jedes Jahr steigen. Und da wird es auch kein, kein Zurück mehr geben. Die Steuern werden auch nicht mehr gesenkt werden. Jedes Jahr werden die Steuern erhöht werden. Äh, es gibt ja auch schon die ersten Forderungen nach höherer Mehrwertsteuer. Da werden ja teilweise, äh, Zahlen genannt von 24 Prozent. Es ist verrückt. Dann die, äh, äh, die Vermögensteuer ab einer Million Euro. Unser Haus, wir haben es für 265.000 gekauft. Wir haben 252.000 investiert. Jetzt plötzlich ist der Verkehrswert von allen Häusern unserer Umgebung bei über einer Million. Vielleicht könnten wir unser Haus für 1,2 Millionen verkaufen. Ja, das heißt allerdings auch, wenn wir hierbleiben und eine, äh, 1 Prozent Vermögenssteuer draufzahlen müssten, ja, muss man sich auch mal nur überlegen, warum wir halt eben auch abhauen. Wenn wir 1 Prozent draufzahlen müssen auf 1,2 Millionen, sind es 1.000 Euro jeden Monat. Es ist genauso viel, als wenn wir einfach zum Mieter wohnen würden. Ein bisschen weniger vielleicht noch aktuell. Die Mieten sind ja krank gestiegen. Aber das muss man sich auch mal überlegen. Und wer will diese Vermögenssteuer? BSW will es, die Linken wollen es, die SPD will es und die Grünen wollen es. Vier Parteien, die im Bundestag vertreten sind oder zumindest vertreten sein werden, wollen eine Vermögenssteuer. Von 1 Prozent ab 1 Million. Ja, überlegt euch das einfach mal. Und überlegt auch mal, wie viele Deutschen durch, ich meine, da zählen ja alles, was man hat. Da zählen Autos rein, da zählen, äh, da zählen theoretisch Einrichtungen rein. Alles, was man hat für die Vermögenssteuer. Wie, 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 wie schnell. Selbst wenn ihr nichts habt, überlegt mal, was ihr so habt. Ihr habt vielleicht noch irgendein altes Auto, hat vielleicht 10.000 wert. Ihr habt eine Küche, 5.000 wert. Ihr habt einen PC, 3.000 wert. Die Einrichtung, Schränke und Co. Also wenn man zumindest wirklich nach Vermögen geht, dann, also, fast jeder wird auf 100.000 kommen. Ja, ihr könnt abends sein wie eine Kirchenmaus, aber ihr habt trotzdem wahrscheinlich, also mindestens eine 5-stellige, wahrscheinlich sogar eine 6-stellige, ähm, ähm, 6-stelligen Euro-Wert an, an, an Vermögen. Die halt einfach irgendwie sich zusammensetzt. Und, ähm, ja, übrigens auch Lebensversicherungen zählen da mit rein. Fand ich auch sehr interessant. Ich meine, es gibt oft für Lebensversicherungen, die stießt man ab, 300.000, 400.000, zählt mit rein, ist plötzlich Vermögen. Das heißt, diese Vermögensteuer, ich meine, die meisten, die meisten Leute haben, die meisten Leute haben keine Ahnung, was in Deutschland abgenommen, auch keine Ahnung, äh, was diese Gesetze bedeuten. Weil kaum jemand liest die Dinger. Und, wenn, wenn wirklich mal jeder lesen würde, was die hier planen, nächsten Montag, da wären so viele Leute auf der Straße, holy fuck, die DDR, also der Zusammenbruch der DDR wäre nichts dagegen. Da wären Millionen auf der Straße. Ja, also allein wie viele Leute haben ein Haus, haben eine Lebensversicherung und noch irgendwie ein, zwei Autos. Ihr wärt sofort dabei. Jährlich 10.000 Euro würde euch der Staat abluxen. Von wegen, äh, man will nur die reichsten, Reichen besteuern und so. Bullshit. Also, es ist krank. Du kannst dich einfach nicht mehr leisten, zu bleiben. Und 2027, sollen die CO2-Zertifikate im Preis extrem steigen. Ähm, bis zu 270 Euro sollen die haben, äh, Kosten. Ähm, Benzin soll 91 Cent teurer werden, beziehungsweise natürlich, wenn man es aktuell schon durch den CO2-Preis 15 Cent teurer, das heißt, äh, insgesamt soll dann auf 91 Cent teurer, äh, äh, plus 91 Cent steigen. Das heißt, wir hätten effektiv, äh, Benzin Kosten von 2,50 Euro pro Liter. In gut zwei Jahren. Ja. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. In zwei Jahren werden wir in Deutschland, aber auch in Europa, in der EU, werden wir Benzinpreise von 2,50 Euro haben. Und auch Heizöl, ja. Heizöl wird sich dann theoretisch verdreifachen im Preis. Denn ein Liter Heizöl kostet ungefähr 90 Cent. Ein Liter sind 10 Kilo CO2. Kann man sich ausrechnen, ja. ähm, ungefähr Faktor 3. Also, ja. Es ist nicht nur eine Frage, ob man, ob man will, sondern auch, ob man überhaupt kann. Kann man es sich überhaupt noch leisten, in Deutschland zu leben? Aktuell vielleicht ja, aber wie ist es in ein paar Jahren? Oder zum Beispiel auch diese geniale Idee, bis 2030 will man jetzt alles auf Glasfaser ausbauen. Und dann will man aber DSL abschalten. Das bedeutet, angenommen, ihr habt eine Privatstraße oder ihr habt einfach nur irgendwie eine Sackgasse, wo halt eben nicht im Dorf gehört, wo einfach irgendwie den Anwohnern gehört. Dann müsst ihr die ganze Straße aufreißen, bis 2030 theoretisch, ähm, Glasfaser verlegen und würde die Straße teeren. Also, bei uns ungefähr so, ich kann es euch mal so sagen, wir haben, äh, 100 Meter Privatstraße, weiß ich nicht, 5, 6 Anleger, haben wir 2010 erneuern lassen, 8000 Euro kosten. Einfach mal so. Jetzt kam die Inflation dazu, die Preise haben sich verdoppelt. Wie viel wird es sein? Vielleicht 16.000 Euro? Ja. Richtig Bock drauf. Ähm, und übrigens, die Übergangszeit ist dann auch nur ein Jahr. Könnt ihr auf Chip nachlesen, ähm, wenn ich dran denke, verlenke ich es unten in den Kommentaren, äh, in den, in den, in den Beschreibungen. Ähm, ja, es ist, ist wirklich wieder, eine greifestkranke, äh, Idee. natürlich soll man auch, nehmen wir dann auch irgendeine Wärmepumpe kaufen für 30.000, noch ein E-Auto für 40.000, 50.000. Gut, vielleicht gibt es bis dahin eins für 30.000. Ähm, das ist auch noch das Haus, äh, sanieren für 100.000, 200.000. Also, es ist gar nicht mal nur eine Frage, ob man hier bleiben will, sondern ob man hier bleiben kann. Diese ganze, eine ganze grüne Wahnsinn, der hier einfach sich abspielt. Ich weiß nicht, wer sich den leisten kann. Also, ich kann mir den nicht leisten, wir können uns den nicht leisten. Wir haben zwar ein Haus, aber das heißt nicht, dass wir deswegen reich sind, ganz im Gegenteil. Ähm, wir schauen schon auch beim Einkaufen und überlegen uns schon, ob wir dies und das brauchen oder nicht. Äh, und wenn mal jemand zu viel ausgibt, dann rücken wir uns auch gegenseitig. Ähm, natürlich, uns geht es nicht schlecht. Wir haben, wir sind Mittelstand, noch immer. Ähm, und wir könnten auch in den Urlaub fahren und wir können auch öfter mal zum Essen gehen und so. Aber, im Gegensatz zu, sagen wir mal 2015 oder so, geht es uns schon merklich schlechter. merklich, merklich, merklich schlechter. Und das wird auch immer so weitergehen. Und jetzt lassen wir, wie gesagt, mal eine neue Heizung kommen, äh, dann schaut's, dann schaut's mau aus. Ja, also maschinell so 30.000 Euro für eine Wärmepumpe wird problematisch. Also, da müssten wirklich, äh, alle Ersparnisse anzapfen. ähm, und selbst dann müsste man schauen. Also, wird schwierig. Ja, und das ist eben das Problem. Das ist eben das Problem. Äh, also ich müsste wahrscheinlich dafür, ähm, meine Ersparnisse, meine Ersparnisse abgeben halt, wenn wir es halt nicht über Kredit machen wollen. Aber, ich meine, das ist einfach mal so, was man bedenken muss. Okay, wir sind Mittelstand aktuell und wir geben wenig Geld aus im Monat. Und trotzdem, wir könnten uns nicht mal, effektiv nicht mal eine neue Heizung leisten, wenn die kaputt geht. Und nebenbei, sollen wir allerdings besteuert werden mit 10.000 Euro im Jahr. Nach Plänen von diesen vier Parteien. Ja, also, was kannst du tatsächlich ändern? Und natürlich haben auch wir einfach Angst davor. Denn, selbst wenn nur zwei Sachen davon nicht kommen, kommen immer noch drei oder vier andere, die uns effektiv finanziell ruinieren könnten. Ja, also, allein das Thema Heizung, allein das Thema Heizung, das Ding ist durch. Wenn die Heizung kaputt ist, dann haben wir riesen Probleme. Ja, dreiben wir 30.000 Euro auf. Ist, ist eine riesen, ist eine riesen Scheiße. Ja, jedes Jahr waren dann nicht 6 Millionen Deutsche aus. Also, ich habe jetzt hier gefunden, es sind 265.000 Deutsche Vorzüge hier. Ja, kann ich jetzt gar nicht ganz nachvollziehen, wo die Zahl kommt, keine Ahnung. Man muss allerdings auch so sagen, man kann jetzt nicht sagen, ja, es gibt noch 82.000 weitere, äh, 82 Millionen weitere, was sind das schon, 62.000? Es sind halt 265.000 Fachkräfte, die auswandern. Und, wie viele Leute, die ein bisschen was im Kopf haben, die arbeiten, die, äh, dem Land was beitragen, was Positives, wie viele Leute gibt es denn da? Ich meine, wie viele Leute arbeiten tatsächlich? Es sind keine Beamten, ja, arbeiten wirklich was im freien Markt, werden nicht von Steuergeldern finanziert. Wie viele sind das? Ich würde mal schätzen, 10 bis 15 Millionen. Und wenn wir diesen 10 bis 15 Millionen 265.000 auswandern, jedes Jahr, dann ist es eine Katastrophe. Es ist halt echt eine Katastrophe. Gut, ich meine, klar, da sind vielleicht noch Familien dabei, Kinder und Co. und so, aber, ähm, ich meine, ist ja auch die Zukunft gewissermaßen. Und die Kinder von erfolgreichen Leuten werden meistens auch selbst erfolgreich. Ähm, und was machst du halt eben, wenn nur die, die Erfolglos in Deutschland bleiben und deren Kinder, ich meine, die Kinder, die Hartz-IV-Familien von der RTL, ich meine, kaum jemand von deren Kindern wird dann, also, wie viele davon werden schon erfolgreich? Die meistens sind dann irgendwie selbst Assis oder werden selbst Assis und so. Also, ja. Ähm, ja, es gibt mindestens genauso schädlich wie Massenmigration. Stimme ich absolut zu. Kann ich voll, äh, nachvollziehen. Absolut. Da können wir doch besser wegstecken, äh, stecken, wenn die Erfolg der Deutschen bleiben würden. 100 Prozent. Absolut. Ähm, und ich glaube auch, dass das einer der Nebengründe ist, warum die Steuern steigen. Klar, äh, Ähm, aber das Ding ist eben auch, das Bruttoinlandsprodukt sinkt immer weiter und, ähm, dadurch, dass die Firmen immer mehr ins Ausland gehen und auch die Arbeitskräfte mehr ins Ausland gehen, nebenbei steigen aber die Kosten. Das heißt, äh, äh, ja, also, wir sind halt einfach, wir sind schon an diesem, wir sind schon über diesen Punkt hinaus, den du meinst. Wir sind über den Punkt hinaus, wo man sagen kann, man kann noch was verbessern, man kann noch was verändern. Ne, geht nicht mehr. Das Ding ist, die Ampel hat jetzt in drei Jahren nicht nur jetzt, also nicht nur, nicht nur jetzt so aktiv, sondern auch passiv für die nächsten Jahre dann, hunderttausende, also bisher hat sie, glaube ich, hunderttausende Arbeitsstellen vernichtet. Allerdings auch das, was die Ampel verursacht hat, hat Millionen weitere Arbeitsstellen vernichtet, die nicht sofort wegfallen, aber die durch die Politik der Ampel innerhalb der nächsten Jahre wegfallen, auch für die nächste Regierung. Es werden halt Millionen Arbeitsstellen wegfallen. Ich meine, die Unternehmen sind jetzt schon, also, ich glaube, ich habe gelesen, 35 Prozent der Unternehmen in Deutschland denken über das Auswandern nach. Und die werden sich darauf vorbereiten, es dauert viel Zeit, sie werden Zeit brauchen, aber sie werden weggehen aus Deutschland. Und die Rezession von aktuell minus 0,1, also 0,1 Prozent Wirtschaftsschrumpfung, also quasi minus 0,1 Wirtschaftswachstum, in Anführungsstrichen, ja, das ist, das ist, das ist hier, um zu bleiben, effektiv. Das wird nicht mehr anders werden. Also, ich glaube nicht, dass es hier jetzt auf einmal einen 180 Grad, wenn er gibt, und dann steigt, dann wächst die deutsche Wirtschaft wieder um 2, 3 Prozent, wie es normal war. Das wird nicht mehr passieren. Also, bevor wir 2, 3 Prozent Wirtschaftswachstum sehen, sehe ich eher, dass wir ein ganzes Prozent Wirtschaftsleistung verlieren. Und so muss man auch sagen, nur mal so aus prozentualer Sicht, wenn ihr 50 Prozent Verlust habt, müsst ihr um 100 Prozent wieder wachsen. Ja, das ist auch immer so etwas, worum man bedenken muss. Wenn wir, also, ja, wir sind auch schon 2, 3, 4 Prozent geschrumpft, glaube ich, in den Corona-Jahren. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr sagen könnt, okay, wenn wir jetzt 2 Prozent Minus gemacht haben, wird 2 Prozent Plus, jetzt sind wir auf Plus, Minus, Null. Nee, nee, so läuft das nicht. Also, so muss man halt immer auch aus der mathematischen Sicht dann so sehen, so einfach ist das nicht. Und, das Ding ist einfach so, was jetzt kaputt gemacht wird, industriell und wirtschaftlich, wird 10, 15, 20 Jahre dauern, um es wieder aufzubauen. Und, ich finde es utopisch, jetzt zu sagen, oder zumindest zu glauben, wir könnten ja einfach alle hierbleiben, dann wird in die Hände gespuckt und dann bauen wir das Land wieder auf. Das glaube ich nicht, dass es passieren wird. Ich glaube nicht mal, dass es möglich sein wird. Ich glaube, die Rezession wird sich fortsetzen. 0,2, 0,3, 0,5 Prozent werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich sehen. Da bin ich relativ sicher. Und ich glaube auch, dass wir eine Rezession von einem Prozent oder mehr sehen werden. Ich würde nicht sagen, dass unsere Wirtschaft um 10 Prozent einbricht oder so, aber ein Prozent, vielleicht sogar zwei Prozent, halte ich für realistisch. Und dann ist hier richtig was los. Also, ja, denkt mal drüber nach, wenn man, wenn man jetzt ein Staat ist, man hat eine Billion Euro Steuereinnahmen und jedes Jahr brechen da 10 Milliarden weg. Überlegt euch das mal. Und nebenbei waren allerdings so viele Leute ein, dass die Sozialkosten und auch die Krankenkassenkosten um 30, 40 Milliarden Euro im Jahr steigen. Also, dieses Land wird einmal gegen die Wand fahren müssen, um sich wieder zu erholen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wann es sein wird und so, aber es wird nochmal richtig schlimm werden, bevor das Ganze besser wird. Und dieses Land wird, es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, wie man hier noch eine 180-Grad-Wendung vollziehen will. Ich meine, die Industrien, sie wandern zu, zu, in großen Mengen ab. Die Arbeiter wandern in großen Mengen ab. Wie willst du jetzt hier eine 180-Grad-Wendung schaffen? Das geht nicht. Und ich meine, dazu kommt einfach auch ganz simpel und einfach, du hast ein Leben. Du hast 80 Jahre zu leben. Willst du jetzt in einem Land leben, welches 10 Jahre mit Vorsatz zerstört wurde, nur damit es dem Land wieder besser geht, würdest du wirklich dein Leben dafür opfern, die nächsten 20, 30 Jahre in einem Verlierer-Land zu leben? Also, ich nicht. Ich lebe gerne in Bayern und auch in Deutschland, absolut, ich liebe Bayern. Aber, würde ich für dieses Land 20 Jahre meines Lebens geben? Würde ich 20 Jahre irgendwie mich versklaven, effektiven Lohnsklave sein, 50, 60, 70 Prozent Steuern zahlen, nur damit der Staat und die Wähler, die das selbst verursacht haben, dann wieder in einem guten Land leben? Ganz ehrlich, nee, die Mehrheit der Deutschen, 70 Prozent wählen Altparteien, 70 Prozent haben dafür gestimmt, 70 Prozent haben das begünstigt. Warum sollen sie nicht das auch ausbaden? Also, das verstehe ich nicht. Ja, ich meine, wer keine Altparteien wählt, der darf sich darüber aufregen. Aber wer Altparteien wählt und das Ganze verursacht hat, wer die CDU gewählt hat, die SPD, die Grünen vor allen Dingen, also, die dürfen uns von mir aus gerne ausbaden. Ist es vielleicht nicht die beliebteste Meinung und so, aber warum sollten wir jetzt da sein, die von vornherein davor gewarnt haben, so, hey, die Grünen, die bauen nur Scheiße, die haben keine Ahnung von Wirtschaft, die fahren das ganze Land an die Wand. Ich meine, ich habe doch sogar ein Video gemacht, ein paar Monate vor der Wahl und habe so gesagt, so, jo, das wollen die, das ist krank, wählt doch nicht diese Partei. Und die Leute wählen halt trotzdem diese Partei und die SPD. Also, natürlich, die FDPler, die wurden halt krass gefickt und, ja, die können nichts dafür effektiv. Ich meine, eine Regierung mit 100%, also, nur mit FDP, wäre, glaube ich, was ganz anderes geworden. aber, klar, ich meine, gut, die 10, 11% FDP-Wähler rechnen wir runter, dann haben wir 60 oder vielleicht 58%, die die Altparteien gewählt haben. Aber effektiv ist es halt die Mehrheit und die Mehrheit wollte das. Und das Ding ist auch so, wenn ich mir die Wahlumfragen anschaue, ich sehe da keine Änderung. Ja, jetzt kam die BSW und die Leute denken sich so, mein Gott, eine neue Partei, die haben ja komplett frische Ideen, die haben ja voll Plan und so und die sind ja auch voll harmlos. Mensch, die wählen wir doch. Und dann liest du das Programm nur und merkst so, oh, hm, ja, eigentlich wollen die nur Kommunismus, eigentlich wollen die nur Planwirtschaft, eigentlich wollen die nur Enteignungen, eigentlich sind die noch schlimmer als die Grünen. Und die Leute so, oh mein Gott, eine neue Partei, jetzt haben wir ja, jetzt machen wir alles anders, jetzt wird ja alles besser. Und effektiv hast du einfach dann DDRler in der Partei drin, die immer noch die DDR feiern, die sich immer noch den Kommunismus wünschen und sagen so, ja, die, die Unternehmer sind unsere Feinde, so. Nee, warum sollte ich hierbleiben? So, es macht doch gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier zu bleiben. Ich meine, denk doch mal drüber nach. Die nächste, die nächste Regierung, ich meine, wir haben doch hier sogar, ich hab's irgendwie noch offen. So, hier das Thema. Ähm, in Thüringen, auch in Sachsen mittlerweile, aber auch in Thüringen, äh, ja, kein Weg für deiner Wagenknecht-Partei vorbei. Was glaubt ihr denn, wie die Regierung nächstes Jahr aussieht, beziehungsweise übernächstes Jahr, wenn gewählt wird? Die CDU wird wahrscheinlich mit dem BSW koalieren und mit den Grünen. Schwarz, Rot, Grün. CDU, Kommunisten und dann die, weiß nicht, die Hobby-Kommunisten oder so. Das wird Deutschland 2025 beziehungsweise 2026 sein. Und da gibt's auch relativ wenig, äh, dran zu rütteln. Also, CDU und SPD werden auch nicht ausreichen, selbst dann bräuchte man die Grünen und selbst die SPD, ich mein, wir sehen ja schon, was die aktuell will, Vermögensteuer, dann will sie eben den Höchststeuersatz von, ich glaub, was haben wir aktuell, äh, 45 Prozent auf 56 Prozent erhöhen. Also, die sind ja komplett verblödert. Die haben ja, also die sind ja so blöd. Das ist ja, es ist so dumm einfach nur. Aber die Leute wählen das und die Leute wollen das. Ja, und wir sehen's, wir sehen's jetzt in zwei Ländern, die CDU koaliert lieber mit den Kommunisten als mit der AfD. Und das, obwohl, ich mein, schau doch mal, schau doch mal die, die, ähm, die Wahlkreise an, die Wahlkreise sind zu 95 Prozent, äh, blau. Und die CDU, äh, und das BSW sagt, sie sehen hier einen Regierungsauftrag. Ja, klar. Sie haben in fast keinem Wahlkreis, äh, die, die Mehrheit. Wo sehen die, wo sehen die denn den Regierungsauftrag? Es ist Bullshit. Und anstatt, dass man halt wirklich, äh, eine Regierung bildet, wie sie gewählt worden ist, und das ist vollkommen egal, ob man es gut oder schlecht findet, es wurde so gewählt, und der Wahlsieger sollte immer die Regierung anführen. Äh, das ist eigentlich, äh, also, das stand nie zur Debatte. Und plötzlich so, ja, jetzt sind die, äh, Verlierer da, und, äh, die Verlierer bilden, es ist eine Koalition, und ich finde, es ist eine neue Regierung. Die, die abgewählt wurden, die, die die Verlierer sind, werden regieren. Und so ist es auch in der, äh, Bundestagswahl. Und, also, wer nicht vor 2026 abhaut, der ist, ja, ich will nicht mal leben wollen. Also, ich meine, aber auch noch so Agenda 2030, da haben wir noch irgendwie, du wirst nichts besitzen, zum Glücklichsein und so, und dann haben wir noch die 15-Minuten-Städte und weiß der Geier was. Also, wer hier noch 2030 leben wird, der, der, der tut mir leid. Der tut mir wirklich leid. Ähm, äh, also, ich, ich meine, man sieht doch eigentlich, wenn man mit offenen Augen durch die, durch die Welt läuft, man sieht doch, was in Deutschland abgeht, so, oder? Man sieht doch, was die planen, man sieht, was die, was die vorhaben, man sieht, was 2025, 2026 kommt. Also, spätestens 2027 musst du hier raus sein. Eigentlich aus Deutschland, aber eigentlich auch aus der ganzen EU. Wer dann noch in der EU ist, der wird ein moderner Sklave sein. Allein, allein mit diesen CO2-Zertifikaten, das Leben wird so teuer, ihr werdet nichts anderes machen, als arbeiten. Zweit-Shop, Dritt-Shop, have fun, ja? Kann jeder hier bleiben und sagen, so, ja, es wird bestimmt besser, und so, es wird nicht besser. Es wird nicht besser werden, es kann nicht besser werden. Ja, es sind für die Konsultiven, die aus sollen, deren Stimmen letztendlich fehlen. Das ist genau das, was ich gerade vorher meinte, ich finde es irgendwie heuchlerisch und auch ein bisschen feige abzuhauen, selbst wenn man gegen Massenwanderung ist und so genannten Flüchtlinge rechnet, ist man selbst nichts anderes. Sehe ich, wie gesagt, zum Teil ähnlich. Natürlich kann man sagen, ist es heuchlerisch und feige, absolut. Wenn wir allerdings eine Perspektive haben, das Ganze zu ändern oder ändern zu können, dann wäre es auch so. Dann würde ich auch sagen, okay, gut, dann ändern wir was. Aber ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Was haben wir hier? Was ist hier, ich glaube, Insel ist immer noch so der vertrauenswürdigste Umfragepartner. Ich meine, was haben wir? Wird die CDU was ändern? Nein. Die CDU hat sogar Pläne, zehn Prozent der Bankanlagen einzufrieren, also März will das, und dann quasi als Zwangskredit an den Staat zu vergeben. Ich meine, denk mal so drüber nach. März, Ex-Banker bei Blackrock. Hm. Er will Bankanlagen einfrieren, wodurch die Banken quasi einen Kredit an den Staat geben können. Wenn man eins in eins zusammenzählt, ja. Also er spricht davon, Vermögen, die deutschen Vermögen zu mobilisieren. Das ist halt Enteignung, wie bei den kommunistischen Parteien hier. Es ist nichts anderes als Enteignung. Wenn du nicht mehr über dein Geld verfügen kannst, ist es Enteignung. Ja gut, vielleicht reicht es für schwarz-rot. Aber was haben wir dann? Wir haben trotzdem zehn Prozent unserer Bankanlagen wird angefroren. Ein Prozent Vermögensteuer. Und die allgemeinen Steuern werden wahrscheinlich steigen. Lohnsteuer wird steigen. Geil. Richtig, richtig geil. Wenn allerdings die SPD sagt so, nee, wir haben absolut keinen Bock mehr auf euch. Dann haben wir 31,5 Prozent, 41,5 Prozent und noch mit 9 Prozent hier. Und das sehe ich momentan eigentlich als das wahrscheinlichste Szenario. Denn man muss auch sagen, die Grünen werden weiter verlieren und auch die SPD wird wahrscheinlich, gut, es ist relativ stabil momentan, aber ich glaube nicht, dass diese Partei stabil bleibt. also ich bin gespannt auf die Umfragen nach diesen Steuerplänen. Ich glaube nicht, dass die so nicht positiv sein werden. Ich denke, 12, 13 Prozent werden die sehen und dass die CDU und SPD überhaupt nächste Wahl zusammen koalieren könnten, zu zweit, sehr unwahrscheinlich. nicht. Sobald die halt zu dritt zusammengehen, werden die Steuererhöhungen, Lohnsteuererhöhungen und Vermögenssteuer und so eigentlich schon mit hoher Sicherheit kommen. Das ist sicher. Und wenn du halt mit den Kommunisten zusammengehst, dann ist sowieso alles vorbei. Also dann ist alles vorbei. Und das Ding ist eben auch so, die BSW-Partei, die wird halt steigen. Ich denke halt, also ich schätze, 12, 13, 14 Prozent wird die wahrscheinlich erreichen, auf Kosten der SPD und der Linken wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen, vielleicht auch auf Kosten der Grünen. Die BSW wird halt wahrscheinlich zur, früher oder später, zur drittstärksten Partei eben werden. Und ja, ich vermute mal, so das BSW wird wahrscheinlich so den Platz der SPD einnehmen und die CDU und die BSW werden wahrscheinlich öfter koalieren. Das sehe ich eigentlich schon kommen, gewissermaßen. Ja, allerdings finde ich das Ganze nicht wirklich, ich finde das nicht richtig, wie du es schreibst, denn man selbst ist kein Wirtschaftsflüchtling, wenn man in ein anderes Land geht. Denn die Leute, die zu uns kommen, die haben keine Ausbildung, keine Sprachkenntnisse, sind für die Wirtschaft absolut, in vielen Fällen zumindest, absolut nutzlos. Sie kosten nur Geld. nebenbei allerdings, wenn deutsche Fachkräfte auswandern, dann haben sie zum einen mal Deutsch als Sprache, welches in Europa relativ verbreitet ist, dann haben die in der Regel Englischkenntnisse ziemlich gut, das heißt, sie können sich verständigen, sie haben eine Ausbildung, sie haben einen Führerschein, sie haben ein Vermögen, sie haben praktische Erfahrungen, sie bringen vielleicht eine ganze Firma mit. Es sind nicht die, es ist in keinem Zusammenhang irgendwie vergleichbar mit einem Wirtschaftsflüchtling. Man könnte es vielleicht Steuerflüchtling nennen oder Politikflüchtling, aber Wirtschaftsflüchtling oder Generalflüchtling ist eigentlich falsch, weil in jedes Land, in das die Deutschen auswandern, die werden mit Kusshand genommen. Auch die Schweiz nimmt Deutsche mit guter Ausbildung mit Kusshand. Also, ist nicht das Gleiche, kann man überhaupt nicht vergleichen. wie gesagt, heuchlerisch, nee, feige, ja, klar, absolut, würde ich sagen. Es ist aber auch wirklich einfach eine Frage, was man wirklich selbst, was das Beste für einen selbst ist. Und bin ich bereit, wie gesagt, diese 20 Jahre für ein Land zu opfern, welches aktiv zerstört wird und wo, sagen wir mal, wie viele Leute stimmen hier eigentlich effektiv für eine Politik, die das Land zerstören, 26%, sagen wir mal knapp 30%, 40%. Und das auch nur, weil ich ganz nett bin, die CDU nicht mehr dazu zählt. Die CDU unter Merkel hat dem Land so geschadet, wie es selten eine andere Partei. Ja, also die CDU muss man eigentlich genauso reinstellen. Wir haben die Mehrwertsteuerhöhfung von 16 auf 19% durch Merkel innerhalb von einem Jahr. Wir haben das Thema Massenmigration, UN-Migrationspakt. Dann haben wir diese ganze Gender-Scheiße. Dann haben wir die Corona-Politik, auch CDU. Ja, also warum sollen wir lang bleiben, wo über 70% gegen das Land arbeitet? Macht keinen Sinn. Wir haben halt 70% Rentner, Kinder, Beamte, Arbeitslose und so weiter. Und die sagen so, ja, aktuell ist alles perfekt. Ein Beamter wird nie das System kritisieren. Ein Rentner wird nie das System kritisieren. Und auch die Jungen, die aus der Schule kommen und hören, wie geil aktuell alles ist. Und ja, Wirtschaftstransformation und wir sind ja hier irgendwie überall Nummer eins. Und ich meine, schaut mal an, wir haben weniger CO2-Ausstoße als diese ganzen anderen rückschentlichen Länder und so. Und die denken sich natürlich am Anfang auch so, boah, voll geil, Deutschland ist so voll krass und Grün und beste Partei und so. Aber die, die hier wirklich halt jeden Tag arbeiten gehen, die sehen das halt einfach anders. Und die, die sich etwas aufbauen wollen und die, die halt mit der Bürokratie zu tun haben, die sehen das anders. Aber diese 30%, die werden nie zu 50% werden. Wird nicht passieren. Du wirst wahrscheinlich keinen Sinneswandel, der Sinneswandel wird erst stattfinden, wenn das Land richtig gegen die Wand gefahren wurde. Wenn wirklich, ich sag jetzt mal ganz böt gesagt, Häuser enteignet werden, die Leute auf die Straße gesetzt werden, vielleicht Flüchtlinge halt irgendwie in enteignete Häuser gesetzt werden. Wenn solche Sachen kommen, dann langsam wird ein Umdenken stattfinden. Wenn Bankguthaben enteignet werden, wenn eine Vermögensteuer kommt, die effektiv 30, 40% der Deutschen zahlen, dann wird ein Umdenken kommen. Dann wird sich was ändern vielleicht. Wenn Leute wirklich erst mal mit einem Springerstiefel in den Arsch getreten bekommen, effektiv, um es mal als Analogie immer so darzustellen, dann wird sich was ändern. Aber vorher wird sich nichts ändern. Ja, in Stabhorn hätte man Netzwerke aufbauen müssen. Okay, Vergangenheitsform, stimme ich zu. Hätte müssen, ja. Aber ist nicht. Gibt's nicht mehr. Zu spät. Die Ampel hat das Schicksal von Deutschland besiegelt. Beziehungsweise die hat fast besiegelt. Die nächste Wahl 2025. Wenn in der Bundestagswahl 2025 kein 180 Grad Wende gewählt wird, dann ist das ganz so besiegelt. Ja, die nächste Regierung wird über 2030 hinaus regieren. Und jeder kann nachlesen, was die Agenda 2030 ist. Und nicht nur die positiven Teile, auch mal drüber nachdenken, was das Ganze bedeutet, wie man das Ganze erreicht. die nächste Regierung wird genauso dumm, genauso grün links, wie die Ampel werden. Und das sehe ich zumindest kommen. Vielleicht ändert sich was, vielleicht liege ich falsch, ich hoffe, ich liege falsch. Ja, vielleicht macht das Land nochmal wirklich eine Kehrtwende. Aber ich sehe es nicht. Ich glaube es nicht. und die nächste Wahl besiegelt effektiv die Zukunft Deutschlands. Ja, das ist meine Meinung. Starke Netzwerke wären die Lösung gewesen, aber es sind ja fast alle guten Deutschen abgehauen. Aus reiner Angst, weil sie Pipinehose haben von dem, was kommt, und nicht kapieren, dass man von dem, was gar nicht flüchten kann. Kann man schon flüchten, doch. Kann man definitiv flüchten. Klar, ich meine Deutschen haben einfach Angst, ihren Mund aufzumachen, war schon immer so, da ist Abhaun einfacher. Das Ding ist halt allerdings, es bringt auch relativ wenig, den Mund aufzumachen. Ich meine, wir haben es beide zur Corona-Zeit gesehen, ich habe es gesehen, du hast es gesehen. Und wir haben auch privat öfter mal geschrieben, und wir haben es sehr aktiv gesehen. Es lag nicht daran, dass die Informationen nicht da waren. Es lag nicht daran, dass die Leaks nicht da waren. Ich meine, wir sehen es aktuell. Wir haben jetzt hier die RKI-Leaks. Wie viele Deutsche interessieren sich dafür? Wie viele Deutsche sagen, boah, so eine Schweinerei, wir fordern jetzt eine Aufarbeitung, wir fordern einen Rücktritt der Regierung? Wie viele Leute interessieren sich für diese Informationen? Es ist kein Problem der Information. Das Problem liegt an ganz vielen anderen Stellen. Netzwerke bringen nichts. Du hättest dich auch nie überzeugen können. Hätte nichts gebracht. Also in meiner Meinung, in meiner Sicht, ich meine, nee, glaube ich einfach nicht. Also, hätte nichts gebracht. Und natürlich, jetzt hast du halt einfach immer mehr Leute, die halt links wählen. Ich meine, man kann sich mal zusammenzählen, Sozialisten, SPD sind auch Sozialisten, effektiv, sind Sozis, ja. Was habe ich gesagt? 26, 30, 40 Prozent, knapp 40 Prozent. 39 Prozent etwa. 39 Prozent wählen links. Und dazu muss man auch sagen, von den sonstigen Parteien, nicht alle, aber selbst da hast du ganz viele Linke dabei. Da hast du auch nochmal 4 Prozent Linke oder so. Also 43 Prozent der Deutschen wählen links. Ja. Und ich meine, wenn man mal zurückgeht, ich weiß nicht, das ist 2021, ja toll. Ich weiß nicht, gab es einen Rechts- oder Links-Druck? Was hatten wir hier? 40 Prozent, 45 Prozent effektiv so. Ja, 46, 47 Prozent. Ja, 46 Prozent. Gab es halt wirklich einen Rechtsruck? Ich weiß es nicht, also ich sehe es halt einfach nicht so. Haben wir irgendwo Umfragen, die wir ein bisschen weiter zurück? Hier zum Beispiel, genau. So, hier SPD, Grüne. Haben wir wir runden. Das runden ist okay, ich weiß, runden ist okay. Sagen wir mal 34 Prozent. 34 plus 9, 45 Prozent. Ja, okay. Es war nicht direkt ein Links-Ruck, es war aber auch nicht direkt ein Rechts-Ruck, je nachdem man es eben sieht, welche Partei man eben jetzt reinzellt. Keine Ahnung. Gut Piraten ist auch noch eine linke Partei. Also effektiv, die Anzahl der linken Welle hat sich halt auch nicht wirklich verringert. Klar kann man es sagen, wir hatten natürlich jetzt das Thema hier mit AfD oder so, klar, wurden halt mehr. Man muss auch dazu sagen, dass die CDU heute halt nicht mehr CDU ist von damals. Das heißt, die CDU steht halt steht halt die CDU steht viel weiter links als damals. Das heißt, ist das jetzt wirklich ein Rechts-Ruck oder ist es halt einfach nur ein bisschen, ist es einfach eine Partei, wo sie jetzt einfach die sammeln, die halt vorher in der CDU rechtere Positionen vertreten haben, dass die jetzt zur AfD gewechselt sind. Ich meine effektiv, das bleiben wir doch mit Linke und BSW. Ja, gibt es jetzt mehr linke Wähler oder haben die sich nur verteilt? Also, ich sehe das Ganze ein bisschen differenzierter. Ich meine, was würden die Leute wählen, wenn es keine AfD gäbe? Gut, jetzt nachträglich wird es nicht mehr funktionieren, aber hätte es die AfD nie gegeben, dann wäre die CDU halt bei 50% jetzt. Und würde dann jemand sagen, so ja, voll der Rechts-Ruck? Nein. So, wisst ihr? Also, ich weiß es nicht. Ich sehe das Ganze halt nicht so wie die meisten anderen. Also, ich finde halt, dieses Thema mit dem Rechts-Ruck ist halt nicht wirklich haltbar. Jetzt gibt es eine Partei, wo sich halt die Leute gesammelt haben. Aber, ich meine, die Leute sind ja nicht einfach irgendwie aus dem Nichts gespawnt. Es ist ja kein AfD-Wähler-Spawner da irgendwie, der ihm Haus stellt und irgendwie alle fünf Jahre kommt da einer rausgespawnt oder so. Ich meine, die Leute leben ja auch schon seit 20, 30, 50, 100 Jahren hier. Die haben halt vorher nur was anders gewählt. Also, sehe ich halt nicht so. Warum zum Fick hat die CDU nicht hier Sex und... Jo, okay, also... Wer steckt denn hinter allen? Steht da die CDU dahinter oder was? Holy shit, natürlich, klar. Nach der Umfrage hier. CDU, SPD hätten natürlich eine Mehrheit. Sogar CDU und Grüne hätten eine Mehrheit. Holy shit. Ja, du, das ist... BSW und CDU hätten sogar auch fast... Ich glaube, das ist das selbst, wie es aktuell so ist. wie es abläuft und so weiter. Man kann Leute verantwortlich machen, die vor 15 Jahren gegangen sind, vielleicht vor 10 Jahren noch. Aber die Leute, die jetzt gehen, die gehen ja nicht mehr, weil sie Angst haben, dass es schlecht wird, sondern weil sie schon sehen, dass es schlecht ist. Und wenn keine Perspektive da ist, ich meine, warum hier bleiben? Warum einen verlorenen Kampf führen? Es ist halt so ein bisschen wie das Thema Ukraine, Russland. Warum als Ukraine jetzt noch kämpfen, wenn der Kampf verloren ist? Vielleicht ist er nicht verloren, aber bei uns ist es eindeutiger auf alle Fälle. Also, ja, es wird, glaube ich, auch nicht passieren, dass die AfD über 30% landen wird oder die absolute Mehrheit bekommen wird. Wird nicht passieren, weil die Leute, die die wählen, die sagen, okay, wir wandern aus. Ja. es werden, ich glaube, es wählen immer mehr deutsche AfD, aber die Prozentzahl steigt einfach nicht, weil die einzigen, die auswandern, sind FDPler und AfDler. Die anderen sind happy, die sind, wie gesagt, es sind Rentner, es sind Beamte, die sind happy, denen geht's gut. Ja, also, die sind, oder denen geht's noch gut, vielleicht sind sie auch im freien Markt da, aber die werden halt erst anders wählen, wenn halt die Kurzarbeit kommt, wenn ihr Unternehmen zumacht, wenn ihr Unternehmen ins Ausland geht, ja, dann werden die was anders wählen, aber dann ist es zu spät. Und die anderen, die gehen halt einfach ins Ausland. Das ist dann bloß und einfach. Ja, FDP, ich glaube nicht, ich denke wirklich nicht, dass die FDP nur Stimmen verloren hat, ich denke, dass die Wähler Deutschland verlassen haben. So simpel ist es. Klar haben sie viele Stimmen verloren, aber was denkt ihr, wie viel von diesen 11,5% sind wirklich zu anderen Parteien gewechselt? Ich denke, die Hälfte vielleicht und die andere Hälfte ist ausgewandert. Schätze ich mal. Weil die Leute, die halt FDP wählen, sind halt wirklich die, die halt wirklich am krassesten darauf angewiesen sind, auf eine freie Marktwirtschaft. Würde ich immer zum Beispiel behaupten. Naja, das auf jeden Fall mal dazu. Du kannst gerne mal auf das Video antworten, bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist und bis zum nächsten Mal.